Was ist dein Lieblingsrevier zum Radfahren? Ja, es war natürlich schon ein großer Teil von unserem Training, mit dem Fahrrad zu fahren. Und wie gesagt, ich bin nicht Skiläufer gewesen, sondern Skifahrer. Und deswegen mag ich lieber, wenn was fährt. Und das Radfahren ist ja auch deswegen da ganz gut. Wo ist dein Lieblingsrevier zum Radfahren? Bei uns natürlich zu Hause in Garmstadt. Bringt es was für die Zukunft der Mobilität auch Radfahren? Oder ist das eine Schnapsidee? Ja, natürlich. Vor allem in den Großstädten natürlich. Wenn man aufs Auto verzichten kann, dann ist das Fahrradfahren die ökologischste Form. Und von dem her sehr, sehr gut.